Musik Musik Sind Sie dabei, Ihren Wohnbereich neu zu gestalten? Wenn ja, dann dürfte dieser Beitrag für Sie besonders interessant sein. Denn vor kurzem hat im Euromarkt Kapfenberg die Wohn- und Küchenwerkstatt Berger eröffnet. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden unsere Ausstellungsstücke zeigen zu können. Wir haben verschiedene Dinge ausgestellt, fünf Küchen, Wohnmöbel, Esszimmer, Schlafzimmer, alles was den Inneneinrichter betrifft. Von der Planung bis zur Fertigstellung begleitet Sie das Unternehmen Berger. Unser Unternehmen besteht aus 20 Mitarbeitern und unser Bereich umfasst Privat- sowie auch Objekteinrichtungen. Von der Planung, Fertigung und Montage bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Unser Betrieb besteht seit 1914 und ich führe ihn in der vierten Generation und schon seit drei Jahren. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen und schon der Urgroßvater, der Maximilian Berger, hat mit dem Mühlenbau begonnen. Jahrzehntelange Erfahrung vereint mit der neuesten Technologie und Technik, die auch im Wohnbereich Fuß gefasst hat, präsentiert von einem jungen qualifizierten Team mit vielen Ideen und der Auffassung, Preis-Leistung muss stimmen, steht Ihnen ab sofort im Euromarkt Kapfenberg mit Rat und Tat zur Seite. Davon überzeugt auch Helmut Reisinger, Handel- und Gewerbereferent der Stadt Kapfenberg, anlässlich der Neueröffnung. Das ist ein sehr gelungener Ausstellungsraum. Ich habe auch schon einiges vorgeführt bekommen, wo man sagt, okay, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, auch im Bereich einer Küche, wo man glaubt, es gibt es seit ewigen Zeiten eine Küche, aber man hat immer wieder neue Ideen und gerade hier habe ich einige Sachen gesehen, die ich bis jetzt noch nicht gekannt habe. Wohn- und Küchenwerkstatt Berger, jetzt neu im Euromarkt Kapfenberg. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Einkaufsregion Kapfenberg.